Achtung, dieses Video kann zu Ohrschädigungen führen. Attention, this video can damage your ears. Hey, come on, this video is not a problem. Ihr wisst Bescheid. Aber der irgendwie überlebt hat. Was ist das? Iron Man oder was? Durch die Wand kann ich's verstehen, ja? Dass da ein Hitmarker mal drin ist. Durch die Wand ist voll okay, Digga, sage ich ja gar nichts, Alter. Aber nicht fünfmal hintereinander, siebenmal oder so hintereinander, ja? Ach da. Run. Nein, 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 geh weg, geh weg. Du bist so ein Bastard, ne? Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute gehen wir mal rein in die Runde nur Scharfschützen. PDM. Ja, Leute, das letzte Video kam jetzt zwar nicht so geil an, aber irgendwie muss ich sagen, dass ich da trotzdem Bock drauf habe. Irgendwie snipen ist eine geile Sache. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich heute das Video für euch auf. Eigentlich, ich kann gar nicht verstehen, weil irgendwie, ich muss sagen, echt das letzte Video, also nicht das letzte, sondern das letzte nur Scharfschützen-TDM-Video, oder keine Ahnung, ob es Herrschaft war oder so, ist eigentlich mit Abstand eines meiner Favoriten-Videos von mir selber, ja? Und keine Ahnung, also da sind echt auf jeden Fall ein paar coole Effekte dabei. Ich verlinke euch das einfach mal hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video natürlich abchecken. Ist aber kein Moose, ja. Genau, mit dabei haben wir gleich die Pellington. Ne, wir sind hier immer noch im Ladebildschirm. Ich hoffe mal, gleich geht's hier auch endlich los. Ich, live Twitch, zzpure, ich grüße dich. Wohl, ne, du wirst es ja eh nicht sehen. Hannover, da kommen die deutschen Panzer angerollt. Jalla, rein da, rein in die Olga. El Capone haben wir auch am Start. Ah, das ist sogar Pew. Campen. Nein, ey Leute, kennt ihr das? Ihr seid ein bisschen am Campen. Und dann, wenn ihr aus dem Zoom geht, genau in dem Moment kommt jemand, kennt ihr das? Nein! Oh Leute, das wird hier gleich ein Rage-Video. Ich schwöre, das wird ein Rage-Video. Da kommen Emotionen raus bei mir. Ey, es hat gebackt, Digga. Also hier, es war am Längen. Batz auf die Nase, Digga. Boom! Nein, Digga, er kriegt einen Hitmarker. Uh! Ey, wo, 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 wo? Nein! Wieso kriegen alle Hitmarker von mir? Was soll das denn, Alter? Habt ihr da überhaupt die Rage vor? Junge, wieso kriegt der wieder einen Hitmarker, Junge? Was soll das denn? Junge, das kannst du dir doch echt nicht auch. Ey, Digga, er kriegt wieder einen Hitmarker, Mann! Wieso kriegen die alle einen Hitmarker von mir? Kannst du dir doch nicht ausdenken, Alter! Hitmarker! Hä? Hä? Alter, ich darf nicht rumschreien, sonst kommt meine Mom gleich wieder hoch. Geckenstock. Aber jetzt habe ich natürlich die falsche Waffe, aber natürlich, Leute, man kennt's. Man kennt's nicht anders, der Hitmarker ist am Stiesel. Komm her! Wo ist eigentlich meine Snipe geblieben? Würde gern echt mit meiner Snipe spielen, muss ich sagen. Das mache ich mit euch. Digga! Nosecope! In die Olga! Und hier ist es ja mal gerade richtig am Donnern, Digga! Nuklear! Ja, und ausgerechnet jetzt habe ich keine Nuklear dabei, Alter! Junge, was geht ab? Ich spiele hier gerade nur mit zwei Streaks, weil ich vergessen habe, eine reinzuknattern. Weil dieses eine neue Geschütze, oder wie es da heißt, ja nicht hier Big Pass in den Modus. Und deswegen ist das Ding raus. Ja, klar! Komm her! Wieder ein Hit, Digga! Was ist das denn für ein Hitmarker? Wieder ein Hit... Oh! Digga! Ich kriege einen Anfall, Digga! Ich kriege einen Anfall! Ich kriege einen Anfall! Digga! Wieso kriegen die drei mal hintereinander einen Hitmarker, Digga? Was geht ab, Digga? Oh, Mann, Junge, meine Stimme, Mann! Junge! Ja. Nein! Also ich dachte schon, hä? Das Ding ist umgedreht. Junge, ja, ich glaube, so gehört wieder einen Hitmarker bekommen, Digga. Ich bin einfach der Hitmarker King. Ja, komm doch. Was willst du eigentlich, Mann? Oh, Leute, meine Stimme tut mir schon weh, Mann. Wenigstens ist das Geschütz kriegt keinen Hitmarker von mir. Logik on. Ach, komm, Leute, ohne Witz. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viele Hitmarker ich in der Runde jetzt noch droppe. Ich schätze unendlich. Meine komplette Quote verkackt, Digga. Noch nicht mal die richtigen Streaks dabei. Komm, Pep. Der letzte aus dem Team, Alter, mit einer 0,5er-Quote, killt mich. Ich glaube, ihr fühlt das alle, Alter, mit dem Hitmarker. Ihr kennt alle diese, diese, diesen Moment, wenn ihr einen Hitmarker reingedrückt. Also, ich glaube sogar wirklich, die Pellington ist nicht die stärkste Snipe, oder? Was meint ihr? Oder denkt jemand, macht doch mit der LW-3 Tundra so viele Hitmarker. Ich weiß es nicht. Wo sind die denn alle? Irgendwie hätte ich es kommen, irgendwie hätte ich ihn riechen müssen. Irgendwie. Ey, Digga, hat der gerade wieder einen Hitmarker reingedrückt bekommen? Natürlich, jetzt war ein FPS-Lag am Start. Ich schwöre, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es in der Aufnahme sinkt, aber da war ein ganz kurzer FPS-Lag beim Springen. Ohne Witz, wirklich. Leute, ich gebe ihm sogar, ja komm, komm, durch die Wand kann ich es verstehen, ja, dass da ein Hitmarker mal drin ist. Durch die Wand ist voll okay, Digga, sage ich ja gar nichts, Alter, aber nicht fünfmal hintereinander, siebenmal oder so hintereinander, ja. Instant, Alter, wenn ich dir in den Bauch schieße, Digga. Hatte ich ja sogar schon Hitmarker, wo ich den in den Kopf geschossen habe, Alter, aber der irgendwie überlebt hat. Ist das Iron Man oder was? Hey, Digga, wo kommst du denn her? Ach, da. Run. Nein, 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 geh weg, geh weg. Du bist so ein Bastard, ne? Hä? Oh, Leute, ohne Witz, man, ich schreck mich schon wieder viel zu sehr auf, Alter, ohne Witz. Ich schreck mich schon wieder viel zu sehr auf, wie dieses Drecksgang. Nein, Junge, werde ich, konnte ich das nur verkacken, Alter. Aber ich glaube, der hat wieder Hitmarker bekommen. Ja, Mann, Drecksgame. Auf jeden Fall, Leute, bedanke mich bei euch für die Rage-volle Runde, ja. Äh, wenn ihr mehr Snipe-Videos sehen wollt, ne, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein. Wird mich auf jeden Fall nicht freuen, Kappa. Und an der Stelle bin ich raus, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Auf jeden Fall. Vielen Dank.